Hilfe! Liebe Sarah, du hast um Hilfe gerufen. Deswegen bin ich jetzt da. Ich bin Lena vom FEDES-Team. Komm, setz dich zu mir. Atme erstmal tief durch und trinke einen schönen Schluck Kaffee. Denn ab jetzt wird alles ganz leicht. Wir gehen einfach auf fedes.com und erstellen mit wenigen Klicks eine Online-Wunschbox für Mats. Das klingt toll! Das klingt toll!